Morgen Leute, herzlich willkommen hier mitten aus World of Tanks. Es geht weiter in meiner Reihe 9er Panzer. Heute soll es um den Kandidaten hier gehen, E-75. Tja, warum habe ich den in der Garage? Ich habe letztes Mal große Töne gespuckt, dass ich einfach nur die Panzer behalte, die mir auch Spaß machen. Er macht mir jetzt keinen Spaß, ganz ehrlich. Aber ich behalte ihn trotzdem. Also es ist so die deutsche Reihe, E-75, Tiger II, Moment, E-100. Das war so meine erste Reihe, die ich ergrindet habe. Und es heißt ja, es gehen die Gerüchte um, der E-100 wird gebufft. Vielleicht kriegt der E-75 auch ein bisschen Liebe, wer weiß. Aber das hat was damit zu tun, dass es war eine besondere Reihe für mich. Das war meine erste Reihe, die deutsche Reihe natürlich. Ja, macht man halt einfach. Man will die deutschen Heavies dann erstmal grinden und behalte ich den. Spaß machte keinen. Ich bin jetzt lange überlegt, ob ich den in die Liste jetzt vorstelle. Aber ich habe gesagt, ich stelle euch jeden 9er vor. Und wie gesagt, ja, viel will ich da gar nicht zu sagen. Der E-75 ist schlecht zu spielen. Er ist langsam, er hat eine sehr ungenaue Kanone für den deutschen Panzer. Ich habe das hier ein bisschen geboostet. Eben hier diese, gerade diese Nachladezeit durch den Ansetzer. Dann hier dieses ordentliche Munitionslager. Das ist auch nochmal gut für die Ladezeit oben drauf. Jo, das übliche Lüftung verbessert alles ein bisschen. Ich mag die Lüftung sehr, habe ich in jedem Panzer, glaube ich, verbaut, wenn es geht. Ja, das, wie sagt man, das verstärkt jede Fertigkeit und jeden Perk ein bisschen. Dann das übliche, das ist ein Stabilisator. So, mehr habe ich gar nicht drin. Das ist meine Verteilung. Die Crew, er hat eine eigene Crew gekriegt, obwohl er mir eigentlich gar keinen Spaß macht. Aber er macht mir, der E-100 macht mir noch weniger Spaß. Drum, ich weiß nicht, wie das nach dem Buff aussieht. Drum habe ich die Besatzung hier abgezogen und habe sie fest auf dem E-75. Ich switche immer zwischen den zwei, aber der E-75, ich spiele lieber die Stufe 9, wie gesagt. Drum hat der E-75 die Besatzung bekommen. Das übliche halt, Waffenbrüder, Repair ist ganz wichtig bei einem Heavy. Ja, sechster Sinn ist klar. Und dann sichere Lagerung noch. Jo, genug gequatscht. Gut, ich zeige ihn euch jetzt einfach mal. Also es wird wahrscheinlich richtig hart werden jetzt, aber gut, dann müssen wir durch. Dadurch, dass der Durchschlag sehr schlecht ist bei ihm, drücke ich sehr, sehr, sehr oft auf die zwei. Der ist auch nicht so gut, weil gegen den Zehner machst du mit 300 oder Durchschlag nicht viel. Schauen wir mal, was haben wir denn hier. Ich sage, ich... Zwei Jodeljochens. Ah, fahren wir mal in die Mitte. Ich fahre sehr ungern in die Mitte, aber gut. Ihr seht, meine Begeisterung, ne? Ja, absolute Begeisterung, ja. Aber ich muss die Namen noch deaktivieren. Ich habe die mal aktiviert, wenn ich Zug fahre. Jetzt schauen wir mal. Ihr seht auch, er ist elendig langsam, aber das ist normal für den Heavy. Sidescrapen kann man gut mit ihm. Aber er hat, glaube ich, mit einer der schlechtesten DPM auf Stufe 9 hier. Also, so genug schlecht gemacht. Mal gucken. Vielleicht kann man auch noch ein bisschen zeigen, was er dann doch... Was kann er eigentlich? Sidescrapen, genau. Äh, jo. Was er so kann. Ne, der kommt ja nicht hoch, oder? Ne. Schade. Hätte ja sein können. Snapshots klappen in dem eigentlich selten, bis nie. Hm, die drücken recht aggressiv hier. Es war damals einfach schön. Ich habe gedacht, nach dem Tiger 2. Jetzt habe ich Spaß. Naja. Die wurde da schnell eines Besseren belehrt. Er ist, er entflüchtet schon. Ah. Bisschen Sidescrapen. Nachladezeit ist auch elendig. Das kann ich auch, mein Freund. Der ging sogar durch. Ja, ich glaube, ich muss öfters mal Panzer ein bisschen schlecht machen. Noch ein Schiss hier. Oh, wo ist er? Die kackt dir aufs Dach. Ich muss HE für den Bruder. Ach, diese Häuserwände. Äh, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Jetzt habe ich das HE rausgenommen, Mann. Das ist scheiße hier. Na, ich fahr mal rüber. Komm ich da rüber? Let's try it. Ich fahr mal rüber. Okay. Hm, der T-10 wartet. Schade, schade, schade. Okay, Titzin. Mit dem Kong ist es halt immer schwierig, der ist der wesentlich bessere Panzer. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihn ein bisschen reizen können. Ah, schade. Wollte ihm aufs Deck hinten kacken. Warte, bis er geschossen hat. Jetzt hat er. Jetzt hat er gut angewinkelt. Was weiß ich, schreibe ihn jetzt trotzdem auseinander. Ja, so in der Stadt kann er so ein bisschen rumfahren. Das findet er E-75 ganz nett scheinbar. Hm, jetzt bin ich im Kreuzfeuer, mag ich gar nicht. Ich glaube, wir nehmen erstmal den Löwen raus. Oh, der hat nur noch 15 HP. Kriege ich da jetzt in die Seite? Nein. Ja, ich kriege ihn in die Seite. Wait, wait. Baby, er kommt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Scheiße, ich häng fest. Okay, der E-75 ist ein total beschissener Tank. Total scheiß Panzer. Da stimmt gar nichts. Ähm, ich mach das jetzt öfters. Guck mal, E-75 Idiot, dann nice. Ich mach mich tot, ey. Nein, der ist da drüben. Also, Leute, ihr dürft den nicht fahren. Der ist, äh, ganz schlecht. Okay, ich sollte das öfters so machen. Aha. Ah, das war jetzt intern. Sorry, ich hab Selbstgespräche. Ja, wer kennt das nicht? Nee, ohne Scheiß. Das war jetzt Zufall. Normalerweise hat man im E-75 nicht solche Runden. Und so gut war sie jetzt auch nicht. Also. Ja. So. Mal einen Schluck Kaffee. Auf der anderen Seite, um jetzt mal was Positives zu sagen, über den Tank. Dadurch, dass er ja so eine ungenaue Kanone hat. Ja, die Zielerfassung ist gar nicht übel, aber sie ist ungenau. Ist er zum Snipern jetzt nicht gemacht worden. Obwohl der auf dem Löwe saß jetzt auch ganz schizophren. Manchmal in World of Tanks. Aber egal. Tun wir gerade mal an, wenn... Im Stadtkampf. Wenn er so ein bisschen Sidescrapen kann, der E-75. Da ist er ganz ordentlich. Aber, ähm, sonst... Der Kunk hat sich relativ bescheiden angestellt. Ich guck mir den mal an. Uiuiuiui. Uiuiui. Seht mal, ich bin nur Rekro of you. Ah, ha. Okay, neue Runde. Im Stadtkampf ist er... Hat er schon... Schon richtig... Da ist er gut aufgehoben. Wenn er Sidescrapen kann... Ja. Aber zum Snipern oder für die genauen Schüsse ist er nicht gemacht. Und das... Viele wissen das auch. Ich mag das am Panzern, wenn die Schüsse, die Snapshots, wenn die treffen. Ich aim eh ein bisschen schlecht oft. Ich ziel und drück ab. Und er muss ja sitzen. Darum liebe ich ja den Kunk so. Und was haben wir denn hier? Einen Kranwagen. Oh Mann. Uuuuhu. Dann noch vom Skill-Clan. Nicht vom Skill-4-2-Clan. Das ist so ein Unterclan. Okay. Ihre Unterstützung wurde angefordert. Mh. Nehmen wir erstmal HE. Jetzt könnte ich mehr HE brauchen. Also ich glaube, ich werde die Bestückung ein bisschen ändern. Mehr Premium-Moni. Vielleicht 15 Stück. Und vielleicht 5 HE. 5, 6. Jetzt versuchen wir mal das Beste rauszuholen aus der Runde. Weil das ist wirklich ein Top-Spieler scheinbar. Aber eben immer gleich aufgeben und sagen, wir haben eh keine Chance. Also bin ich auch kein Freund von. Manchmal, wenn das Gefächt noch so schlecht aussieht am Anfang, gewinnt man trotzdem. Nun bin ich auch kein Freund von diesen, ähm, wie heißen die Dinger? Mods, wo die WN8 angezeigt wird. Dann gibt es dann immer so Experten. I'll lose again. I'll lose a team. I'll rent a battle. Das finde ich so, ich weiß nicht. Ich finde es bescheuert. Ich spiele, ich zum Beispiel spiele komplett ohne Mod. Ich finde Mods völlig unnötig. Totaler Quatsch. Weil das Spiel dann doch ein bisschen beeinflusst. Und auch das Spielverhalten von den besseren Spielern. Die geben dann gleich von vornherein. Da kommt schon der scheiß Kranwagen. Oh Mann. Aufgeben? Ja, wollte ich gerade sagen. Aufgeben? Ja. Die geben von vornherein gleich auf. Das finde ich scheiße. Soll auch jeder sein Bestes geben? Mein Gott. Und manchmal gewinnt man so Spiele. Drum haut keinen Mod auf euren PC, sondern spielt einfach Vanilla. Guckt euch später die Stats an, wenn es euch interessiert. Aber lasst euch nicht das Spiel vermiesen durch irgendwelche Wundenzahlen. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwie gucken können, dass der Kranwagen immer schön geschossen hat. Und vielleicht haben wir Klicker. Ja, oh WZ ist nicht gut, wie du da stehst. Ähm. Ja. MW2 haben wir auch. Positiv denken. Positiv. Ich hoffe, dass der MW2 crossen will. Der ist halt echt eine Macht auf der Karte, ne? Der Kranwagen und der MW2. Die sind echt eine Macht. Der hast du... Ein richtiges Problem, wenn du gegen die hier fighten musst. Der WZ hat auch keinen richtigen Bock. Seht ihr das? Der lädt nach, der Kranwagen. Aber er müsste jetzt nachgeladen haben. Ich habe keinen Bock auf den Clip. Ganz ehrlich. Ah, da ist er schon. Oh Mann. Oh Mann. Na komm schon kleiner Genau diese Runden meine ich Jetzt habe ich dich rausgenommen Wenigstens diese eine Tat, mein Freund Ja, bangt mich von hinten Das sind diese Runden, die ich meine im E-75 Das war jetzt real life Das war jetzt World of Tanks live Ja, vom Kranwagen vorne Äh, auseinandergenommen Das war jetzt der Centurion, glaube ich Was war das? Ja, ne Ein Kong Aber Ja Dann Jodeljochen in der Mitte Und du bist in so einem E-75 Heavy Einfach nur aufgeschmissen Hier 10-1 Trotzdem positiv denken Positiv denken Ich muss nur noch ein Spiel im E-75 machen Dann habe ich es geschafft Ist das nicht schlimm, dass man so denken muss Über deutsche Heavies Naja, jetzt muss ich mir ein bisschen was verkneifen Warum die so schlecht sind in dem Spiel Aber ihr wisst, was ich meine Denke ich Das ist halt ein Schlachtfest für den Kranwagen Zack Ich finde die Knesen geil 13-4 So ist die Meta So ist World of Tanks So ist das Spiel 60-70% der Spiele laufen so Noch nicht mal 5 Minuten Und weil wir so leicht Marzeristisch angehaucht sind Werden wir noch eine dritte Runde Ich mache in jedem 9er Knallhart drei Runden Ihr kriegt es jetzt einfach serviert Ja Gucken wir uns den Kranwagen mal an Ob meine Vermutung richtig war Na gut Das ist wahrscheinlich irgendein Ausbildungsklan Ich glaube die Wie sagt man Skillclans Ja Baboom Junioroffizier Na gut Die haben ganz viele verschiedene Clans Gibt ja auch die ganz großen Clans In der World of Tanks Die haben auch verschiedene Unterclans Die Garde zum Beispiel Das ist auch ein großer Clan Bronzerne, Silberne, Kupferne, Goldene Keine Ahnung Gibt es zig Clans Wo du halt dann dein Plätzchen findest Je nach deiner WN8 Oder deinem Wissensstand Da Ausbildungsclans Dann eben Jeder große Clan Ach das ist wie in der Bundesliga Nur hat das hier nichts mit Sport zu tun So zwei Klicker Zehner Jawohl Das ist Real Life Das ist E75 Gameplay Das heißt für mich Stelle ich mir als allererstes die Frage Wo gehe ich hin Wo flüchte ich mich Damit ich nicht ganz schnell auseinandergenommen werde In meinem E75 Auch noch bei 2 Arti Ich würde sagen Scheiß drauf Ich fahre Ein bisschen runter Hier in die Kuhle Hier ins Loch Da wo der deutsche Heavy hingehört In der jetzigen heutigen Meta Knallhart Und versuche mit der superpräzisen Kanone zu snipern Das war jetzt Ironie übrigens Ja das ist einfach nur traurig Aber ich will mich nicht beklagen Wir versuchen das Beste jetzt rauszumachen Wo komme ich da hoch Ne da komme ich nicht mehr weg So jetzt freut sich der Klicker Hört ihr das quietschen Oh man ey was für mich Geiler Tank Ich hoffe dass ich irgendeine Seite Bekomme Jawohl Aber Edge 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 Ich hab dich geer gehabt Helle Batch Hm der AMX ist jetzt pisst Den Kipp will ich mir eigentlich nicht fangen Aber egal Ich will ein bisschen mitmachen Ja so Es ist echt traurig, so zu gammeln, oder? In dem deutschen Heavy. Du bist einfach nur... Ja, Beteiligter. Du bist am Rande. Du kannst nicht vorfahren. Du hast nichts, worauf du zählen kannst. Nichts. Warum? Zeig mir doch deinen Arsch, 705. Ja, 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 ja. Was ist denn das hier? Da ist er doch. Ich stehe jetzt gar nicht. Ja. Jetzt hat uns auch die Artie entdeckt. Gehen wir mal so ein bisschen hier ran. Ja. Das ist ein bisschen sinnlos hier. Geh ich halt sterben. Das sagt man sich dann irgendwann im E-75. Geh ich halt sterben. Aber guck mal, wir haben schon 5 Minuten Gefechtsdauer. Und ich lebe noch. Und ich durfte schon fast 600 Damage machen. Okay, jetzt haben sie die Flanke. Jetzt krieg ich wieder mitleid. Entspann dich Gotti, entspann dich. Schaffen das. We win this. We win this, baby. For you, baby. Only for you. Am X-50, tut mir leid, war der zweite schon auf dich. Na? Na du? Wie geht's? Hast du schon mal so eine präzise Gun gesehen? Wahnsinn, oder? Danke. Ich hätte ihn wieder verfehlt, ich weiß es. Okay, Ladies. Die Mates sind auch durch. Jetzt holen wir das Beste aus der Runde raus, was wir können. Das heißt, wir drücken noch ein Schüsschen raus. Ja, 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 ja. Ich bin da. Oh, mon Dieu. Tolle Runde E-75. Das reicht für das nächste. Ja. Ja. Auch nochmal ein zweites, nee, drittes, typisches E-75-Game. Aber ist euch was aufgefallen? Ich habe in diesem Spiel und im letzten Spiel nicht so sehr über ihn geschumpfen mehr. Ja. Daran lag's. Denkt mal drüber nach. Ich glaube ja wirklich, dass die heimlich mithören. Ne? 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 Und ja. Wer weiß? Was sagt mir das? Nächst mal schimpft ich wieder mehr über den Panzer. Ja. Das war E-75 Gameplay. Ich bin froh, dass ich's hinter mir habe. Das erste Spiel war ganz passabel, er war ein bisschen in der Stadt unterwegs. Er konnte richtig schön mitmischen. Er war mit hier. Ja. Alles lief. Das zweite war typisch Das dritte auch Was würdest du da an der Richline gegen 10A und 2A Du siehst gegen jeden Einzelnen Scheiß Panzer, den Kürzeren Gegen jeden Einzelnen Jetzt schimpfe ich wieder Nein, ist egal SDR 9er mit der schlechtesten Absolut schlechtesten DPM Auf Stufe 9 Also ich würde wirklich dringend davon abraten Ich habe immer gesagt, ich bin kein Sammler Das ist der Einzelne und der E100 Die ich trotzdem in der Garage habe Das ist ein must have Ich bin deutscher Spieler und ich mag die deutschen Panzer Gefällt mir, sieht gut aus Aber den habe ich auch nur da stehen Weil es ein E75 und ein 9er Heavy ist Fertig Normalerweise hätte ich ihn sofort verkauft Aber eben Mein Herz hängt dran Das war einer meiner ersten 9er So ist es halt Und vielleicht geschieht ja noch was Wargaming Vielleicht Okay Das wäre es dann mal Oder ist es gewesen Oder wird es gewesen sein Ja, keine Ahnung Die Tage kommen Erfreulichere 9er wieder raus Die stelle ich euch vor Der letzte war ja auch nicht schlecht Hier der E50 Habt ihr auch gesehen Guckt mal Das Video vorher war der E50 Den ich vorgestellt Waren auch nette Runden dabei Das ist der einzige Meiner Meinung nach Der einzige spielbare deutsche Panzer Den es gibt Meine Meinung Nur meine Meinung Okay Also bis die Tage Haut rein Und genießt die Eisheiligen Die jetzt kommen Wird ein bisschen kalt Wieder die nächsten Tage Also bis dann Wenn ihr wollt Könnt ihr gerne abonnieren Oder schaut wieder mal rein Aktiviert die Glocke Und bla 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 Ihr wisst was ich meine Bis dann Ciao ciao